Hier am Standort Gotha, der Schweizerischen Bystronic Group, werden Premiumlösungen zum Biegen von Blechen entwickelt und gefertigt. Ich bin Benedikt Kreisel und ich bin Produktmanager für die Biegeautomation bei Bystronic. Ich bin Jochen Schreiber und bin Applikationsingenieur für Biegeautomation bei der Bystronic. Diese mobile Roboterzelle wird zum automatisierten Biegen auch komplexer Blechgeometrien an einer kompakten Abkantanlage eingesetzt. Der Schunk PGN Plus P-Greifer kann mit einer Bayonettverriegelung ganz einfach gewechselt werden und ermöglicht so die schnelle und unkomplizierte Anpassung der Roboterapplikation zum Beispiel an neue Werkstücke. Die pneumatische und elektrische Versorgung des Greifers ist komplett in der Montageplatte integriert. Dadurch können ausladende und störende Schläuche entfallen. Die verbauten PGN Plus P-Greifer sind mit zusätzlicher Sensorik ausgestattet, um den gesamten Prozess abzubilden und Fehler frühzeitig zu erkennen. Der PGN Plus P-Greifer kann durch seine patentierte Vielzahnführung mit integrierter Dauerschmierung die Werkstücke hochpräzise und wiederholgenau greifen und ist lebenslang wartungsfrei. Unsere Maschinen zeichnen sich durch besondere Präzision und Wiederholgenauigkeit aus, sowie die PGN Plus P-Greifer von Schunk. Die mobile Bestückungsautomatisierung ermöglicht es zum Beispiel mehr Schichtzyklen ohne zusätzlichen Personaleinsatz und ohne Qualitätseinbußen abzufangen. Bystronic ist ein Premiumhersteller, deshalb verwenden wir auch nur Premiumkomponenten wie die PGN Plus P-Greifer von Schunk. Bystronic steht in allen Bereichen für höchste Qualität ohne Kompromisse. Daher verlassen sich die Experten auf die PGN Plus P-Benchmark-Greifer von Schunk. Vielen Dank.